Willkommen zur weiteren Folge TTT mit dem Momo, dem Stevie, dem Michael, dem Maxi, dem Justin und dem Schreibfehler Hallo Ich war 100% im Trait-Affekt Nein, ich musste nur meine Ausnahme starten, aber okay Falls ich irgendwen vergessen haben sollte, tut's mir leid Ich hab einfach grad einfach komplett quer die Namen gesagt Ja, wir haben Momo vergessen Ich hab Angst vor das Haas, der kommt ja dauernd an Das ist ja nicht schlimm, Momo kann man durchaus mal vergessen Schreib's mir da Ey, warum? Äh, warum? 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 Momo ist halt so Ich hab ne TV Kann man nichts machen Äh, was war das? Hey, heisst die wie? 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 Oh nie Der hat auf uns gesnipet Ich hab's gehört Zeesi Ich hab's gehört In den Kabinen ist irgendwas... Ja, in den Kabinen ist irgendwas explodiert. Warte, war das ein C4 vielleicht? Boah, er hat nicht in den Puh. Kann sein, aber... Nein, ich wusste schon immer, dass du dich waschen wolltest. Ja. Also, in den Kabinen ist irgendwas explodiert, ich weiß noch nicht was. Maxi? Zum Glück wurde ich nicht getötet, also ich war da grad. Ja, was geht ab? Fast! 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 Fast Food Lover. Ey! Ey, ey, wo wo? Alles, Davy! Ey, Davy! Also, ich weiß, du bist jetzt der größte Gerächtige für mich, weil du hier hinten stehst. Ich weiß, wo... WTF? Ich bin da mal mit! Ich war mit auf der anderen Seite! Geht doch! Stevie, komm mal mit! Komm mal mit, Stevie! Loll! Ähm, warte, warte! Andy! Andy! Was? Hä? Andy ist... Warum? Weil er hier grad irgendwas umgedeckt hat. Das ist gelügt. Ja, Stevie war inno. Andy ist nach oben. Fuck off! Nachladen! Ah, nee, Andy ist... Gut, Mama. Der Moment, wo ich grade auf ihn schieß... Auf dich schieß... Okay. Nach einigen toten Innocenten, Justin, hast du gut gemacht. Wer... wer... wer lebt jetzt eigentlich noch alles? Bin ich jetzt alleine mit Andy? Nee, mein Traitor-Kollege lebt auch noch. Äh, wer ist denn das? Kannst du das zufällig sagen? Ja, Justin. Ach so, ja, dann... Ja, Justin ist tot. Dann halt nicht. Ach, es ist eben halt nur Justin, ne? Äh, der ist am Spawn, der ist am Spawn. Ach, ja, fast wirklich? Man hat deinen Körper gar nicht gesehen. Ja, und glück mich doch nicht. Das ist der neue Skin, der ist der Unsichtbarkeit-Skin. Das ist der neue... das ist der neue Michael-Traitor. Schreibfehler, wer hat dich getötet? Ich nicht. Oh, wow! Oh Gott, Junge. Wer hat dich getötet? Ich nicht. Statt, das ist der Aussage. Wer hat dich jetzt getötet? Ich nicht. Äh, äh, Momo. Nein, Michael, Michael, du hast mich getötet. Ja! Ich hab nur Stevie im Lauf in den Händen gegeben, aber Max hat's leider gesehen. Ähm, äh... Ja! Andi, du brauchst so eine Diegel. Ach, das wär... Du bist direkt vor mich drüber gesprungen. Ich wollte gerade auf Andi schießen, und dann kommt da so einer, und da steht... Gib Andi doch keine Diegel, der geht sonst wieder neu. Okay, ich glaub, echt voll... Boah, ich wurde angeschossen. Ja, weil du gekauft hast. Was, nein? Du gekauft hast, aber sicher doch. Nein! Aber sicher doch. Hallo, wer schießt hier auf wen? Okay, er hat nicht gekauft. Ich bin bei Momo in der Nähe. Er hat doch nicht gekauft. Aber Maxi, guck mal, wie der ist so gelaufen. Was soll ich denn davon halten? Guck mal, Momo, ich versteck mich. Also, ganz ehrlich. Ja, sonst, Stevie, lass uns verstecken. Ja, komm, du kannst mich auch töten. Wir sammeln sind wir stark. Das war dann halt die Feder von mir, aber es sah wirklich so aus, als ob der gekauft hat. Ich helfe mich das. Michael war die richtige Shopping-Queen heute. Ja, Michael wollte ihm halt mal bewerben dafür, aber wurde nicht angenommen. Shopping-Queen, Alter. Habe ich auch 500 Euro bekommen. Alter, Michael, kannst du dir mal angekündigte Schnauze halten? Hi, Andi. Entschuldigung. STV. Oh nein, eine EMP! Das ist keine EMP, das ist ein Klass-Bombs-Klass-Mach. Andi, äh, Michael war eben halt nur die Shopping-Queen, weil er eben halt... Er wurde eben halt nicht drangenommen und dann hat er sich bei TTT beworben. Ich bin ein blaues Fass! Michael wurde richtig hart drangenommen. Momo, Alter, der Momo hat bei den blauen Fässern, was sagt er die ganze Zeit? Ich bin ein blaues Fass, Alter. Vielleicht ist er blau, aber kein Fass. Huiiii. Da geht das noch blau aus, das kann man nicht ausschließen. Naja, vielleicht ist Momo ja ein Schlumpf. Ich bin ein blaues Fass! Warum ist der Traitor-Shop aufgegangen? Kann der zweite nochmal machen? Ja, du bist eben ein Traitor-Shop. Ja, Justin, kannst du den Shop nochmal öffnen, bitte? Ich bin kein Traitor, ich kann das nicht. Naja, ey. Der Traitor-Shop ist aufgegangen, megacool. Warte mal! Ey! Warte mal! Lass meine Kollegen in Ruhe, aua! Au! Ey! Andi, hör auf! Da hab ich mich geschossen! Ey! Maxi ist, glaub ich. Maxi ist! Ein blaues Fass! Mach mal nen Schreiffehler, was soll das denn immer? Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Ich bin ein Blau Sass Was? Wer ist denn ein Blau Sass? Das ist Momo Baby schießt einfach alles klar Ja Moin Was geht denn hier ab? Du warst Traitor, ich hab gesehen wie du Schreife da abgemokst hast Und vor allem, ich sag Maxi keinen interessiert Ja klar wie ich ihn abgemokst hatte Ich hab manchmal auf ihn geschossen, was ist das? Ja doch, hast du, hast du Und das war's geil Das war's so geil Ich hab das halt von Stevie gesagt Mit dem Köpfchen über die Mauer geguckt hat Stevie ist eben halt ein bisschen zu klein für die Mauer Alter Nein Stevie wirst du nicht Niemand hat vor eine Mauer zu bauen Und Andi tötet mich einfach so Ja du bist aber halt auch so gelaufen als ob du beschockt hättest Das tut mir leid Ganz kurz überlegt Andi zu töten aber Ja kein Problem blaues Fass hat alles geregelt Ich muss mir auch kurz ein Zeichen überlegen ob ich einfach mal Ding jetzt töte Momo Ich hab nen neuen Spitznamen für Momo Blows Fass Innocent So viel Fett wie der ist Dedeedeede Leute ich bin Trader Okay Pumpe Pumpe Die Scheisschrotflinte Oh was gibt's denn Ohjejo Ich bin Trader Okay Ah ne mein Trader Kollege Ich glaub Michael hat nen Molotow gezündet Ne ne Ja dann äh Ich bin mir aber nicht sicher Hallo Ja also wenn du dir nicht sicher bist Ist der beste Weg zur Lösung ihn umzubringen Ja glaub ich auch aber ich glaub Momo twittert ja Ja Momo ist okay Okay Momo Was Das ist aber eine dreiste Lüge Welche liegt ne Leiche Was Michael Michael is hurt Wounded Ja Fass ist tot Fass ist tot Der war glaub ich zu Fast and the Furious ne Haha Guck Oh man Hallo schreibfehler Tschüss schreibfehler Momo ist da hinten Was Da hinten ist er Hä Da hinten Ja ich weiß nicht wem ich trauen soll Soll ich jetzt dir oder Momo Momo schießt auf mich Hallo 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 Nein Jawoll ich hab Momo Danke für deine Melon Momo Okay Warum 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 identifizierst du ihn nicht Keine Ahnung Äh Bibi lebst du noch Ich lebe noch ja Irgendwie war mir das schon klar als er die Melon hatte Ja aber trotzdem Weil glaub ich sie nicht Sonst hätte ich dich auch noch Äh Pfff Andi ist doch Chaos ist auch dabei Alter wie kreiert das grad aus Hey Das ist jetzt aber klasse Bibi du gerade aus der Eckeuhr herflog Er flog Scheiße Ach Warte Ja Wie er geflogen ist Steve wie immer was ein Bumerang ist I believe I can fly Damit treff ich immer hin Ich hab Ich hab mein Bumerang bei Schreibfehler Wie das aussah Ich hab mein Bumerang bei Schreibfehler Wie das aussah Ich hab mein Bumerang bei Schreibfehler der traitor in diesen komischen aufzug gehen kann weiß was ich meine das gibt mir einen aufzug ja ich folge mein justin auf dem weg dahin für dich und hier will ich aber keiner ist wieder ein blaues fass momo du schießt deine art genossen ab justin andy suchen ich glaube man muss jetzt auch anschließen momo hat mich angeschossen nein nein ich liebe noch zu geben ja du auch du wirst deinem wasser maxi hey habe ich auch nicht dass seine seconde rausgeholt ich dachte du hast einen boomerang in der hand ich dachte was du bist du warum bist du hört momo hat mich angeschossen und seine art genossen ja jetzt schießt du nicht deine art genossen ab hey momo dreh dich mal um lol andy mich ich komme nicht aus dem wasser raus bin einfach kann ich nicht aber maxi du kannst du sicher sein als traiter hätte ich weiter geschossen wer ist so lieb dass wir es um das stimmt ja meine drüben auch erlebt noch alles er lebt mein schweizer kollegen auch alle glänze ich habe eine feiergranate für dich wo 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 okay attacke rudolf warte ich packe ich den boden okay aber identifiziert die durch die wird Superoptimal, ne? Müsst ihr echt meine Indus immer töten? Ich weiß, dass du da drin bist. Ich hab dich gerade gehört, wie du was aufgenommen hast. Ja und? Lass mich halt nicht töten. So, jetzt kann ich in Ruhe shoppen. Ja, mach das. Mal den da. Den kann ich nicht identifizieren. Der Faker? Oder er hat gesagt, äh, ähm, der Faker. So, was kauf ich mir denn? Welchen Punkt hab ich überhaupt noch? Sehe ich das irgendwo? Ja. Hab ich. Da hat er gut aufgeräumt, Justin und Michael. Außer der Trailer ist schon tot, der eine. Das könnte natürlich sein. Ach, Tatsache. Ich habe noch kein einziges Mal geschossen, das ist das. Liegt jetzt irgendwo eine Diegel vielleicht für mich rum? Irgendwer muss noch leben. Ja, der ist in dem Trailer-Raum da drin. Ja, der ist in dem Trailer-Raum da drin. Das ist aber nicht so wieder. Er kann aber auch bei den Kabinen hinten rauskommen. Und ich glaube, das tut er auch, Gott. Ich bin ganz gut. Jo, er schießt auf mich. Ja. Ey, Junge, was? Ey, diese Waffe ist so schlecht. Ich brauche mal deine Sniper. Ey, Junge, was ist das? Ach, Michael ist. Der ist hinter den Duschen. Rechts, der ist Mitte. Oben, unten. Äh, Mitte bei den Duschen. Boah, Michael, Alter. Geh mir nicht auf den Tag. diese waffe ist so scheiße auf distanz ohne witz er ist am spawn linke hand am spawn wo woh 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 hast denn der dringer angegangen michael Oh. Point. Oh, komm. Alter, du. Dein scheiß Deadwinger. Leck mich doch. Wieder einen? Ja. Wo ist er? Immer noch hier bei mir irgendwo. Wo bist du? Bei den Kabinen. Ich sterbe. Oh mein Gott, mein Jawoll. Oh. Alter, fuck. Hey, Junge. Meine Waffen war leer. What the f... An dir, Alter. Ah, Weike, das war ein scheiß Zeitpunkt, wo wir oben zu bringen. Das war eine gute Runde mit das Nagel. Ja, warum machst du so? Ich hab nicht auf ihn geschossen. Ich bin halt echt ungeglitscht. Ich bin halt geglitscht. Ich bin wirklich wegen dem Glitch gestorben. Oh, lol, ey. Ich bin halt in den Boden rein gebackt und deswegen bin ich gestorben. Lund, Lund, ey. Alter, wie du da die ganze Zeit auf mich drauf gesprayt hast, Junge. Deswegen, also, Lund hat mich getötet. Ja, vor allem, ich war die ganze Zeit auf die Drauf, aber meine Schüsse haben nicht connected. Ja, und ich hab einfach... Alter, weil mein Sniper-Schüsse hat auch die ganze Zeit nicht connected, Junge. Richtig komisch. Diese Waffe ist so kacke auf das Tanz, ohne Witz. Was? Leck mich doch am Arsch. Michael hat mich gestackt, ich sterbe. Was? Ich hab Andi gestackt, Andi ist tot. Alter, was passiert hier alles? Okay, Andi lebt noch. Ja. Hast du uns das jetzt wirklich geglaubt, Schreibfehler? Nein. Puh! Hey! Hab ich dich getroffen? Nö. Puh! Aua! Jetzt hast du mich getroffen! Oh, ne. Ich hab Schreibfehler getroffen. Einverschämt halt. Oh, sorry, alle. Aua, ich wurde angeschossen. Mir vertraue ich aber jetzt. Ja, von mir wurdest du angeschossen. Einfach nur, damit ihr gleicher zwischen euch beiden herrscht. Wasserkarte schieß mal. Wiiii! Ah, war was? Haul. Hallo, ne? Michael schmeißt den Klasma, du schien. Ja, Michael mag Klasma. Ja, Michael mag Klasma. Houston hat geshoppt. Justin hat geshoppt. Da möchte ich noch mal sagen an der Stelle. Justin hat geshoppt. Da möchte ich noch mal sagen an der Stelle. Aua! Was hast du dich dann schon wieder getroffen? Als ob! Hast du ihn? Puh! Hättest mich jetzt noch mal getroffen, ich hätte dich so umgebracht. Puh! Mach mal schon wieder ein Fast. Guck an dir es leichter. Oh, no! Puh! Wer schießt hier schon wieder auf mich? Puh! 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 Was schießt denn? Entschuldige leid. Ach, hier ist mein Deagle. Die Fässer haben sich gegen ihn gestellt. Ich weiß genau, was passiert jetzt. Ich hab ein Fass abgeschossen. Okay. Einmal da kam er. Nein, nein, dann darf ich ja mal mit der Deagle auf dich schießen. Puh! Puh! Oh, ich hab dich getroffen mit der Deagle, oder? Mit der Sniper fühlt ich mich auf der Map irgendwie ein bisschen wohler. Ach, mit der Deagle geht natürlich auch. Das dann schießt auf mich. Was denn jetzt passiert? Wow! Maxi, Maxi, Maxi! Andi? Was ist jetzt der... Was hab ich schon wieder gemacht? Ich mich auch. Was ist denn jetzt kaputt? Keine Ahnung. Was ist das für eine Augenparty am Start? Du! Ich glaube, ich weiß, was sie machen. Was denn? Natürlich. Treibfeder, warum bist du halt nicht wo er wounded? Ja, Michael hat mich zweimal angeschossen. Mhm. Wirklich? Ich hab doch dann auch gesagt, Aua. Ach ja, das machen die doch nicht, was ich dachte. Michael, lebst du noch? Oh mein Gott. Ach, du sagst euch wahrscheinlich nix. Stevie. Fallfehler? Ja. Hast du ihn umgebracht? Nein. Ich hab ihn seit irgendwie drei oder vier Minuten nicht mehr gesehen. Oder wie lang geht die Runde überhaupt? Boah. Nein, Andi? Aua! Das ist mir scheißegal, wer von euch beiden das ist, aber jetzt hab ich schon mal leichteres Spiel. Äh, was? Was jetzt passiert? Ich hab Stevie angeschissen. Angeschossen. Drei Fehler verpiss dich einfach. Ach, Maxi liebt auch noch, Maxi liebt auch noch. Nein. Gehe woanders lang, oder ich knall dich ab. Leute, Maxi liebt auch noch und der ist Traitor. Ja. Was? Bin ich auch. Okay. Okay, Andi, ich glaub wir sind die einzigen beiden, die noch leben. Nee, weil wir haben zwei Traitor, nicht nur einen. Ja, Stevie lebt aber auch noch, oder? Stevie? Auch noch? Du Mann ist die, wie du keiner durchschallst, Traitor. Gut auch. Nee, wir müssen zusammenhalten. Guck mal, wie geht's ihnen so? Wir müssen gegen die Traitor zusammenhalten. Hm. Wahre fliegt! Was? Ja, ist Momo! Ich bin ein Blaues. Was? Ah nee, wo ist denn jetzt dieser scheiß Traitor, der noch lebt? Oder die scheiß Traitorin? Ah, das war jetzt doof, dass ich hier reingefallen... Ach, das ist das, ja? Ach, das gibt's hier? Geil. Das ist für mich cool. Ja. Oh! Hinten. Okay, ich komm. So, einer weniger. Okay. Ja, dann bist du der andere, du Wurst. F***. F***. Alter, Maxi, was war das denn? Woh, wie du mich weggefisst hast. Jawoll! Ich hätte mich abknallen sollen, Schreifehler. Ich hätte mich halt nicht abknallen sollen. Ja, was war das? WTF? Ich schieb Wasser mit dem Bumerang. Ja, ganz ehrlich. Irgendjemand hat irgendjemand mit dem Bumerang abgemacht. Ja, das war ich. Und dieser Bumerang zieht ihm so noch die Beine weg, dass er sich zweimal überschlägt und ins Wasser fällt. Ja, ich fand es so gut, vor allem du bist so zwischen den Kabinen entlang geflogen, oder? Ja, und ich sag einfach nix. Vor allem, ich sag auch noch die ganze Zeit Maxi, aber niemanden juckt. Ja doch, mich hat's ja gejuckt, aber ich hab ihn halt nicht gefunden. Momo kam auf sein Leben nicht weg. Ja, und ich war einfach direkt daneben und hab ihm halt einfach nix gesorgt. Andi, hast du gerade WTF wegen dem Fass gesagt, was da geflogen ist? Ja, Momo war ihm halt voll im Element. Nee, das war halt dieser Sir Michael. Ja, das war ich. Erst als er gesagt, den blauen Fass übernommen hat, hab ich gedacht, alles klar, ich bin blaues Fass, ich muss jetzt blaues Fass werden. Ja, Michael wird da Diebel getötet. Was? Nein, du schießt nicht schon wieder. Andi, 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 Andi. Andi, hör auf mit der Diegel. Äh, da schießt jemand auf dich, Andi. Da schießt noch ein anderer, aber ich kann's sagen. Vor allem mach ich jetzt in den Trailerraum. Oh, Maxi, Alter, der Momolang eben nicht mal so heftig. Aua! Vor allem, wie Momo sich weggebt, ist das, Alter, Momo kam einfach nicht weg. Hey, Alter! Nein, ich will dich die Diegel wegwerfen, ich will die Auge alles wegwerfen. Hab ich dich getroffen? Ja, ich hab nur noch 50 Leben. Ja, da war's halt, äh, äh, da war's halt mit extra. Momo, warum bist du hört? Hast du eins der Fässer abbekommen, oder hat Andi dich angeschossen? Ja, ich hab eins der Fässer abbekommen. Auf wen hab ich abgeschossen? Mach mich! Aua! Oma hat auf mich geschossen! Ja, was? Aua! Ah! Jetzt hab ich nur noch... Loll! Hallo? Ja, hallo. Sekunde. Schreibfehler. Schreibfehler ist gerade gestorben. Echt jetzt? Echt jetzt? Leute, wir haben ein Fass hier rüber geschmissen in dem Tor. Ey, 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 ich wurde angeschossen, Alter. Ja, weil du Schreibfehler getötet hast. Dann confirm ihn. Warte. Warte. Also beide. Warte, warte, warte kurz. Justin, lass mich in Ruhe, du bist, dann hat er irgendwo herangelaufen. Äh, ja, ich lass dich in Ruhe. Ich möchte beide confirm ziehen. Beide waren in und du bist ein Held. He, he, wow. Ja, Justin. Den hab ich halt gesehen, ne? Doof. Boah. Momo macht seine Schwimmstunde immer noch. Was? So, ich bin confirmed. Und ich hab Momo. Hey. Wow, wer hat hierhin geschossen? Ach, Momo. Maxi, geh weg. Ach, du sagst das. Ja, nein, ich mach nix. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, das hört sich weh. Ich bin mir dessen nicht so ganz sicher. Ey, ich glaub ruhig an die Verbindung. Momo. Er hat sowieso noch 34 HP. Erstmal nachladen. Momo, schaubst du gerade? Damit das Sword auf nachladen ist echt ne Qual. Momo steht dir ganz seit AFK rum. Ich glaub ich hab Friendship gehört. Ja, weil ich gerade ein kleines Problemchen hab. Hallo. Boah, ist doch schon wieder Eichelkäse. Ne, ne, ich muss morgen relativ früh raus. Deswegen muss ich gleich so wahrscheinlich nicht sauber schließen. Boah. Boah. Hey, hey, hey. Was ist da hinten im Spawn eigentlich? Hallo, hallo, hallo. Das ist ein Klaus Fass hier. Oh man. So bläht. Das aussieht, Oma. Andi? Mhm. Was hast du da in der Hand? Ein Boomerang. Ich weiß, den hast du aufgehoben. Ja. Und du willst mich damit nicht töten. 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 Ja, dann wärst du aber mit zwei Traitern alleine. Also bist du wirklich... Jaaaa. Nein bist du wirklich... Danke. Ich hab halt nen Traitern getötet. Ach so. Den Boomerang lässt du mir oder ich töte. Ach so, ja. Hallo, ich gewinn dir doch. Schnauze voll. So. Äh, ich glaub das war der richtige Moment, eine Sniper zu suchen. Ach danke, Maxi. Auf zum Sniper-Duell. Ach cool. Wow. Was für ein Sniper-Duell? Ja. Maxi. Die, ich hab dir ein bisschen vertraut. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, ich hab's gemerkt. Du bist ne vertrauste Eimer. Du bist so... Bist du voller... Selbstverhalten. Ich hätte dich so lange oder schon die ganze Zeit töten können. Aber... Ich hab... Ich fand's eigentlich lustig, was du da machst. Ja, deswegen hab ich mir gedacht. Ey, der hätte mich so lange töten können. Ich vertraue ihm jetzt einfach mal. Oh, aber ich hab Schreibfehler... Und das auch ohne Probleme, als ich auf Kabel... Man, Dustin! Junge... Ich hab dir das Ding ein bisschen vertraut, aber... Ich hab's null gerafft, dass auf einmal Andi neben mir stand, ey. Das hat erst mal gebraucht, bis ich überhaupt tot bin, als er's gemerkt hat, ey. Ich hab gar nichts mehr mitgebracht. Kann ich jetzt bitte mal Traitor sein? Nein. Mann, 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 ey. Langweilig. Jetzt lecke ich mich am Arsch. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, Andi ist. Andi kündigt. Ich kündige. Sag anders, Mom. Weißt du, falls ich grad so richtig Bock hab? Aua! Andi ist. Ja, mach's doch. Ich auch! Und der, 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 ich will, fängt mit des an. Michael! Ja? Ey, ich, ich sag dir. Einmal! Töne ich dich! Was denn? Was denn, was denn, einmal? Dein Leben in der Realität. Was denn? Was denn, einmal? Ich töd dich, aber... Pfff! Alter! Komm schon, du hast einen Schreifehler getroffen. Hey, Momo! Hab einen Schreifehler getroffen? Ja! Ja! Hey! Komm her! Michael, vorbei auf Schreifehler! Nein! Äh, Schreifehler ist tot. Das war ich nicht. Hab wir das gestorben. Das war ich nicht. Schreifehler war eh nur. Ja. Ja, das war ich nicht. Ich bin nur unschuldig. Was auch nicht. Wer ist ja jetzt noch übrig? Äh, ich, Michael, du. Wer ist ich? Momo. Ich bin ein blaues Fass. Ich bin ein blaues Fass. Och, nicht schon wieder. Nein. Wo bist du? Du bist ein blaues Fass. Also entweder ist Michael oder du. Oder du. Ja, oder du. Ne, leider nicht. Jaja. Ich bin ein blaues Fass. Wow. Ich hab leider keine Beweise von jemanden. Nein! Nein! Alles klar, Michael. Du weißt mich sowas von filmen. Nein, ich bin einfach nur runtergefallen. Ich hab gedacht, ich sterbe aber da war Wasser. Huh. Hallo Momo. Hallo. Ah, meine Nase juckt. Ah, fuck, meine Nase juckt. Aua. Erstmal Barscht mit Schreibfehler. Oh, Mann. Wir brauchen ein Nichtschwimmerbecken für ihn. Glaubst du es, Momo? Nein, ich bin's nicht. Oh, wir brauchen, wir suchen jetzt ein Nichtschwimmerbecken für Schreibfehler. Ja, der Junge ist ja 13, er kann doch nicht schwimmen. Äh, Dings is it. Maul, Momo. Michael? Was, wer ist es denn? Oho. Michael, bist ein Arscher. Ja, finde ich nicht cool. Ja, auch nicht. Oh, diese Waffe, ne. Hallo, ich kann jetzt neiden. Ich auch nicht. Wolle nicht auf die Waffe. Ist ungefähr. Ey, diese Waffe, Mann. Was ist? Ey, ich muss nachladen. Hä? Wow, wie du da ganz unauffällig lang gegangen bist. Ey, diese Waffe, ne? Hallo, wer ist denn das da mit dem Fass? Nein, keine Wolle mehr. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. So unfähig hier, den Mann zu töten. Äh, nooo. Wer denn der Sanktöcher? Warum, Junge? Uffs, Mull. Sagte er? Also, es wird jetzt oder so der Server geschlossen. Ja, damit würde ich sagen, was ist mit der Folge und dabei werden wir das nächste Mal. Servus. Ciao.